Hallo Leute, endlich mal wieder raus zu einer Radtour. Auch wenn es heute nachher noch wieder Gewitter geben wird, wie man sieht, bin ich doch froh, zwei, drei Stündchen rausgekommen zu sein. Die Pfingstheden haben begonnen und das bedeutet für mich, dass ich mir die Zeit ein bisschen einteilen kann. Jetzt gucke ich mal gerade. Ich glaube, ich muss hier lang, genau. Ich bin auf der Panorama- und Nacherholungsroute unterwegs zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Gerade richtig für so ein Rad wie dieses hier. Ja, bei einem Rastplatz, da melde ich mich dann mal wieder. Zeit für ein wenig Rast. Ich finde es übrigens ganz gut, wie zum Beispiel hier ist ein medizinischer Notruf Standortpunkt. Ich finde sowas richtig gut. Und während ich hier raste, möchte ich einfach mal Danke sagen. Und zwar habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Mit Wittbung drin. Vom Rocco Hartwig, der Mitautor von diesem Buch ist. Das bin ich sehr dankbar. Ich habe es mir schon durchgeguckt. Und jetzt sind Ferien. Jetzt lese ich es mir mal richtig durch. Finde ich toll. Also sehr kompakt gehalten. Aber ich finde mit echt wichtigen Sachen. Und hier von der renaturisierten Pfinz in Dorlach möchte ich mich zurückmelden. Und auch abmelden. War eine schöne Zeit heute. Richtig schwül noch geworden. Aber ich bin froh, dass ich rausgekommen bin. Also dann. Und tschüss.